So, Kaus Kanz, ich bin immer noch am Strand, immer noch im Fuert de Ventura und ich möchte jetzt gerne mal die Düne hoch und wieder runter. Und Jessie kriegt jetzt die Kamera, damit man das auch sehen kann. Also wir probieren das. Ich gebe alles natürlich. Ich übergebe mal zu Jessie. Da bin ich. Und ich versuche jetzt mal da hoch zu gucken. Are you ready? Okay. Okay. Ja, geschafft! Gott!